Wochen Channeling vom 15. Juli bis zum 22. Juli Erzengel Michael erscheint mit dieser wunderbaren Botschaft für Dich. Diese Woche bist Du zwischen zwei Feuern gefangen. Dem hektischen Treiben weicht einer sanften Gelassenheit. Ja, diese Woche verspricht intensiv zu werden. Du bist voller schöner Ambitionen. Hast tausend Projekte im Kopf, viele Ideen. Schreib sie Dir auf, dass Du nichts vergisst, mein Ratschlag. Es gibt nur gute Wellen. Nutze sie, um zu handeln. Deine Entwicklung erfordert jetzt Konzentration. Wende Dich von anstrengenden Situationen ab. Lass den Druck los und begebe Dich unter gute Menschen. Geh an einen ruhigen Ort, um Deine Batterien wieder aufzuladen. So können Ruhe und Vergnügen Deine Tage wiegen und ein Gleichgewicht finden zwischen Vorsicht und Offenheit. Ich war Dein Michael. Ja, eine wunderschöne Botschaft für Dich und ich wünsche Dir eine wunderbare Woche. Deine Orida. Tschüss.